Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden. Ich bezeuge, dass Mohammed das Recht hat, angebetet zu werden.